Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der KSW News. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut in das neue Jahr gerutscht. Wie ihr wisst, war vor den Ferien die Wolle erneut. Wir sind dort bis Sie auf den Film und haben jetzt für euch ein paar Ausschnitte bereit. Viel Spass! Bis zum nächsten Mal. 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 Welche verschenkte, kreativen Weihnachtsgeschenke? Ich sicher nicht. Wer kommt auf die böse Kinderliste vom Weihnachtsmann? Die böse Liste? Wieso? Das wissen wir nicht. Wer schmeisst die besseren New Year-Partys? Wer hat seine Neujahrsvorsätze weniger lang durch? Wo? Wer hat keinen Neujahrskuss am Mitternacht bekommen? Und ich mich gerne有沒有standen. Wer ist bei Sophies Neunjähriges am Mitternacht? Wer ist mit Sophies Neujahr gestartet? Ja, ist eins ein kleines Das war's mit den KSW News von dieser Woche. Danke vielmals fürs Einschalten und bis nächste Woche. Vielen Dank.